Wisst ihr, was ich immer so finde? Ich finde ja, diese untere Darmschlinge, also wenn die hier wieder so hochkommt, die sieht ja manchmal ein bisschen aus wie ein Kaninchen. Was ist? Ja, also man muss sich die Ohren jetzt so abgeknickt vorstellen. Wo ist denn da ein Kaninchen? Also so links, auf der linken Seite. Wenn man jetzt hier so, von hier kann man es eigentlich ganz gut. Da ist doch kein Kaninchen. Herr Schwester Ilse, jetzt sagen Sie doch mal. Also beim besten Willen, ich kann da eigentlich auch kein Kaninchen entdecken. Einen Tutank vielleicht. Ach so. Obwohl... Also ich wüsste wirklich nicht, wo ich da, also wo da jetzt ein Kaninchen sein sollte. Oh, dann ist da eben kein Kaninchen. Ja, ja. Der nur mal ein bisschen die Stimmung auflockert. Könnten wir vielleicht auch mal weiter operieren? Klemme. 4.50. Da ist aber auch wirklich kein Kaninchen. Schwester Renate. Ist doch so.